Das sind die Top 5 gruseligsten Roblox-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Wir überleben Mommy Long Legs, werden von Roblox Jenna gehackt und wir sind sogar von unserer Oma entkommen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nicht das geheime Video zu verpassen. Los geht's. Hey, warte auf mich, warte auf mich. Wo sind wir hier gerade, Kasper? Wir sind in der Poppy Playtime-Fabrik, aber Mommy Long Legs ist hier einfach unterwegs. Nein, als ob, okay. Wir werden sie einfach finden heute in Roblox. Ja gut, dann würde ich mal sagen, springen wir auf jeden Fall über diese Lava rüber. Die sieht echt gefährlich aus. Die ist doch so warm unter mir, es ist so heiß gerade. Es ist echt so heiß hier. Oh, jetzt zeigt der Fall, dass wir da langlaufen sollen. Da vorne, das Auto hier, hast du es gesehen gerade? Das schwimmt hier einfach über die Lava rüber, ne? Was passiert ist mit dem Auto da vorne? Das müsste jetzt doch noch gegen schwimmen, oder nicht? Ich glaube, wir müssen warten. Guck mal, hier siehst du das? Schnell drauf, oh nein, nein, das Ding war zu heiß, das ist ja voller Rost. Ja, Mann. Ach, bist du auch drauf gegangen? Warte. Hä, lol, stimmt. Ihr nimm einfach, oh, und jetzt zieh die Mülltonne. Oh mein Gott. Ja, ich bin drüben. Du auch? Nein! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, du hast da über... Ich dachte gerade, ich hätte die kurz berührt, die Lava. Oh, ihr passt hier auf jeden Fall auf, hier die Türen. Ah, die ist blockiert, die Türen, ne? Das stimmt, okay. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir wo lang? Ja, außen, guck mal hier. Da müssen wir hier rüberklettern, ne? Okay. Was meinst du, was ist da unten? Das sieht aus wie so ein gruseliges Hagiwagi-Loch oder sowas. Ich warte, wir haben eine Taschenlampe. Vielleicht können wir die auf jeden Fall... Stimmt. Ah, ich würde aber nicht reinspringen wollen, muss ich sagen, wenn ich du wäre. Nee, 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 lass dich mal. Oh mein Gott, guck mal, so sieht das aus. Poppy Playtime Chapter 2. Was? Was ist das für eine krasse Zunge, Alter? Auch vor allem auch alles. Guck mal, da steht so Hagi steht da. Ja, Hagi. Okay, pass auf, warte mal. Dann, äh... Das Hagi ist gemischt, ne? Glaub ich? Ja, ja, aber berüh auf jeden Fall jetzt nicht hier diese komischen Zacken-Zähne. Ey, der hat ja so eine Dornzange, das ist ja voll eklig. Ist ja übertrieben. Au! Die darfst du nicht berühren. Ja, natürlich darfst du dich berühren. Die ist auch giftig. Ja, was weiß ich, ey. Da fahren auch so komische Züge und sowas rum, ne? Ey. Okay, dann komm. Mal gucken, was in dir drin ist. Au, nein, ich wurde gegessen. Und ihr, oder was? Oh, nein, ich auch. Oh, mein Gott, ich hab voll den Krampanfall oder was. Ich weiß, wo was echt vor den Krampanfall gab. Okay, sind wir hier drin? Was steht hier? Nicht reingehen. Oh, mein Gott, Boxer. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, vielleicht sollten wir echt nicht reingehen. Warte, wenn ich kletter. So. Kein gutes Zeichen, ne? Okay, also, guck mal, der hat auch einen Krampanfall. Genauso wie du. Stimmt. Hier rüber. Okay, irgendwie... Oh, mein Gott. Was hat die bitte schon für einen großen Hals? Was hat die alles gegessen? Ey, sag mal! Die ganzen Sachen aus der Poppy-Plytime-Fabrik einfach aufgeknabbert, ne? Ja, die hat alles blödige aufgeknabbert. Okay. So, ich komme jetzt hier rüber. Ja, komm mal lieber hier. Oh, Gott, ich fahre hier schon mal rein, hier gerade in den Weg, ne? Hey! Nein! So knapp. Wieso bist du da draufgegangen, hä? Ich bin doch gar nicht draufgegangen. Ich bin hier, aha. Ist klar. Lass uns hier mal reingehen. Nicht reingehen. Oh, mein Gott. Hier ist so Säure, guck mal. Wie das Säure? Alter! Guck mal, hier unten einfach Säure. Nicht berühren hier, ne? Wir sind auf so einem Fließband. Oh, mein Gott, krampen Anfall. Wo falle ich denn hier hin? Hä, wo bist du? Ich bin nirgendwo im Labyrinth jetzt hier gerade. Ich gehe jetzt hier mal links rum. Ist hier vielleicht... Ach, verdammt. Du darfst die Hand nicht berühren. Ach, Mann. Das ist die Hand von Mommy Longleck einfach. Ja, ja, die dürfen nicht berühren. Da stimmt Mommy Longleck Hand. Okay, denkst du, wir können noch reingehen zu denen? So jetzt hier. Ich würde da lieber nicht reingehen. Die wollen nach uns greifen. Ich würde auch nicht gerne reingehen wollen. Warte mal, ich mache Taschenlappe. Wo bist du? Ich komme jetzt hier gerade. Ja! Ah! Ich gehe jetzt schon mal durch. Was ist das denn? Ist ein Teddybär gerade gespawnt? Wow! Kaspar, komm, stell her. Wir sind hier in der Fabrik jetzt gerade. Guck mal, das ist doch Squid Game. Oh mein Gott, denkst du, wir müssen hier rüber? Ja! Okay, ich spring jetzt hier gerade aus. Nein! Wieso, welcher war es jetzt? Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, ne? Ah! Wow, ich gehe noch von den nächsten. Ja, rechts müssen wir, wir müssen rechts. Wir müssen rechts. Hier da. Müssen wir auch. Wupp! 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 Wuppa! Ja! Ey, das kann man nicht angehen. Bist du jetzt schon ganz drüben? Oh mein Gott, nein! Was? War das richtig? Nein! Ich bin noch nicht drüben. Oh mein Gott. Da! Nein! Nein! Genau den hat sich auch falsch gerade. Ja, aber den hat mich gar nicht falsch gemacht. Wie? Bist du wieder runtergefallen? Ja, ja. Warte. Der war da ja richtig. Hä? Wo war jetzt hier? Wo war das jetzt hier? Ja! Ja, nein! Ey, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Und jetzt? Ja! Wo musst du hin? Wow! Oh mein Gott, okay, sehr gut. So, wo müssen wir jetzt hier lang? Müssten wir jetzt hier vorne lang? Nein, wir müssen hier die Power irgendwie aktivieren. oder sowas. Stimmt, den Stromschalter. Oh nein, ich muss erst mal reingehen, um das zu machen. Zeig mal. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier echt in so einem richtig verrückten... Wow, guck mal, hier ist so ein Loch. Nicht da rein. Ja, nicht da rein. Fall nicht da reinfallen. Oh, dann müssen wir da rein. Aber hier ist ja nicht lang hier. Wow! Oh mein Gott, wir sind in so einem Minenschacht. Im Strombereich. Und guck mal hier unter mir. Was? Oh, einfach Kissy, Missy. Stimmt, die guckt uns einfach an von unten. Okay, dann laufe am besten. Dann müssen wir ehrlich zu Fuß laufen in der Mine. Ich glaube, ja, die Mine ist auch schon fast... ist irgendwie schon so aufgebrochen und kaputt oder sowas, ne? Die ist schon ganz alt. Ja, ja, stimmt. Okay, dann hier auf jeden Fall alles Milchen mitnehmen. So, dann vorsichtig, Kaspar. Du musst ganz... Hey, pass auf, die kommen von rechts und links. Diese Kisten. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war gerade so knapp bei mir, ne? Du kannst oben an dem roten Rad drehen. Ey, hast du gerade gedreht? Das musst du gleich machen, ne? Oh, warte, ich dreh, ich dreh, ich dreh. Passiert nix. Da muss man gar nicht dran drehen. Du veräppelst mich nur, das finde ich blöd. Damit ich hier schon mal vorgehen kann. Ja, ich glaub's ja nicht, ey. Ich werde jetzt auch veräppeln. Ja, oh Gott, wo sind... Ey, jetzt sind wir in so einer Spielzeugwelt oder so. Hast du schon mal den geheimen Charakter dahinter geholt? Ich glaube, wir sind jetzt nämlich gerade. So, hab ihn... Hab ihn eingesammelt. Du hast ihn leider nicht. Das ist gar nichts, stimmt. Aber wo jetzt lang? Ähm... Hier auf dem Ziel da oben? Ah, nee, warte, wir müssen, glaub ich, hier rechts rumgehen. Hier bei der Burg. Wir hatten hier dieses Klettergerüst hoch, glaub ich, oder? Ja, wir müssen, glaub ich, hier hochklettern. Guck mal hier runter. Oh mein Gott. Geheim. Habt ihr was eingesammelt? Ein geheimes Badge? Was? Du hast schon wieder was eingesammelt, oder was? Oh, lass mich da auch noch was einsammeln. Ja, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Hier ist so eine Ecke. Okay, warte, ich komm auch hoch. Ich komm jetzt auch hochgeklettert. Na? Wir müssen hier über diese Treppen gehen hier. Ja, oh Gott, das sieht aber... So einen komischen Leitern und sowas, ne? Okay, dann... Ja, ganz, ganz gruselig sieht das hier aus. Du musst ganz, ganz vorsichtig sein jetzt hier, ne? Wir können halt auch noch... Aber ich hab's geschafft hier. Ich warte hier. Wir können heute auch noch als Dings, als Mami Longlegs spielen. Ach, krass, Lord, stimmt. Okay. Und jetzt? Auch hier runter? Hast du hier noch irgendwas Geheimnis gefunden? Hier runter? Ich guck gerade mal. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch noch so Verstecke sind oder sowas. Ja, natürlich, so geheime Badges sind hier überall immer. Oh mein Gott, das ist, glaub ich, ein Geheimgang. Wie jetzt? Warte mal, ich bin gerade drunter. Ey, nein, nee, ist kein Geheim, gar nicht. Jetzt bin ich gerade auch draufgegangen, leider. Oh mein Gott, wo ich bin, Digga. Glaubt mir doch keiner. Ey, nö. Spring! Ja, ich komm doch schon. Ich hätte da nicht drunter springen sollen. Wenn du spawnt bist. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da hinten so gespawnt bin. Voll weit weg. Okay, was ist jetzt? Das Drehkopf... Oh nein, die ganzen Laser. Meinst du, ich kann hier durch oder meinst du, der berührt meinen Kopf? Nee, wir müssen... Oh, nee. Selbst hinten ist der Laser, glaube ich, zu... Oder? Ey, wir müssen rüberspringen. Wir müssen rüberspringen. Müssen wir ehrlich rüberspringen. Wow! Ey, jetzt bin ich sogar von dem hinteren Laser draufgegangen. Alter, ich hab's gesehen. Ja, das war echt blöd von mir. Okay, warte mal. Ich hab eine bessere Idee, wie wir den Laser besiegen können. Und zwar... Hier. Der Erste. Hä? Bist du schlecht oder was? Das muss doch hier gehen. Hat nicht funktioniert. Ich hab's. Wie jetzt? So, den Laser hab ich auch. Und... Wabba! Hab ich auch. Okay, warte. Ah! Ich komm... Ich komm auch. Ich komm auch. Nein! Wieso? Was war da, Kaspar? Wie was eklig ist. Wie was eklig ist. Ich will da gar nicht gucken. Hier ist Mommy Longleg. Hier. Hä? Wo bist du denn jetzt schon? Warte mal. Ich muss erst mal hier rüberkommen gerade. Bin eingebrochen. Wie, du bist eingebrochen? Ich wollte da weiterlaufen. Auf einmal brech ich ein. Hä? Ich komm mal ein. Wow! Nein! Hä? Komm, wir sind jetzt hier einfach Mommy Longleg. Die will uns hier irgendwie angreifen oder sowas, ne? Ja, ja, ja. Die sieht so übelig aus. Lassen wir jetzt einen Kommi. Ich mag das gar nicht. Alter, jetzt sind wir in der Kanalisation von, äh, von der Poppy Playtime. Wir können hier lang, stimmt. Ja, okay. Warte mal. Ja, so. Was ist denn rechts da alles? Oh, die wackeln ganz schön, die Dinger hier. Ja, ich weiß. Oh! Oh! Hey! Hör auf damit, Dad! Hilfe! Warte, jetzt haben sie gewackelt. Ey, jetzt haben die echt so voll gewackelt. Boah, Mann, aber ich hab trotzdem ein Checkpoint bekommen, korrekt? Ich auch, sehr gut, okay. Können wir hier oben was an der Uhr machen? Da kommt ein Zug. Da kommt ein Zug. Denkst du, du bist noch ein Zug drauf? Warte mal, was ist denn da hinten? Ich seh's gerade, was ist das? Hä? Geheingang! Beata! Ich hab grad... Oh mein Gott! Was? Geheingang! Wie Geheingang? Oh mein Gott! Hier hinter, ne? Was ist hier alles? Hä? Ich hab grad ein Abzeichen bekommen. Hä, stimmt, ja. Aber was ist hier alles? Hä, hast du auch grad ein Abzeichen bekommen? Ne, aber wir sind außerhalb der Karte irgendwie. Was ist denn das Rote jetzt hier gerade? So ein Stift, ne? Ja, stimmt. Hä? Wie? Ich bin weg! Hä? Oh mein Gott, schnell zurück zum Zug! Hey, ich muss auf den Zug jetzt hier, schnell, bevor wir den Zug verpassen. Du steigst einsteigen! Ich weiß, ich weiß, hier oben rauf. Hier, ey, ey, ey! Nein! Nein, er fällt ohne bin! Ich bin auf! Ich nicht, ich nicht! Okay, 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 schnell! Wow! Trauf, 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 trauf! Nein! Oh Gott, oh Gott, das ist echt schwer! Oh mein Gott, das ist echt schwer! Ich weiß, ich weiß! Ich hab's, ich hab's... Ich setz mich hier vorne hin. Mann, ich komm nicht auf den Zug rauf, Kaspar, Hilfe! Ey, aufs Dach springen, ey, aufs Dach springen! Ja, okay, ich bin drauf! Und ich sitze hier sogar! Na, komm, zu mir hier vorne! Komm zu mir, komm zu mir! Oh Gott, ich komm zu dir schnell! Erste Reihe, erste Reihe! Oh mein Gott, oh mein Gott Wo sind wir jetzt hier gerade? Guck mal, wir sind hier, wir sind hier ganz geheime Oh mein Gott, oh, warum ist der so schnell? Oh mein Gott, ich kann mich hier kaum noch festhalten Ich auch nicht, Alter, der Zug ist so schnell, Kaspar Hey, die Hand, oh mein Gott, da war gerade eine Hand, Kaspar, da war gerade eine Hand Aber nicht von Mami Longlegs Oh, wo gehen wir jetzt hin gerade? Oh, noch eine Hand Oh, noch eine Hand Hey, was? Ich auch Neuer Zug, let's go Ey, ohne Spaß, wir hätten da gerade eben drauf gehen können Ja, also wir müssen, glaube ich Wir müssen, glaube ich, zwischen den Zug, ne? Wir dürfen uns nicht hinsetzen, ich glaube, wir müssen halt stehen oder sowas Nein, ich glaube, die Hand hat uns gerade beide weggehauen Wir saßen links und rechts, wir müssen, glaube ich, hier einfach zwischen den Zug hier Guck mal so Oh, nein, nein Jawohl, ich bin hier sicher, Kaspar, siehst du mich? Oh mein Gott, das ist ein Geheimspot Ich habe den Geheimspot jetzt gerade Oh mein Gott Ey Ob das hinhaut? Oh mein Gott Oh mein Gott Wir werden es leicht sehen, Kaspar Ich schufe nicht runter Hä? Hä? Oh mein Gott Das ist nicht so gedacht Das ist nicht gedacht Ich schufe es nicht runter Hey Oh mein Gott Hilfe Oh mein Gott Alter, was war das gerade? Oh mein Gott Was ist das so schnell? Oh Was passiert hier? Auf Alter Nein Nein Ich bin außen hier Geil Ich halte mich fest Halte mich fest Ich weiß nicht Komm her Komm her Ich hätte einen Zweck Hau die Hand Ich komme gleich noch eine Hand, die mich weghaut Oh Wow Mami Longlegs ist hier Alter Oh mein Gott Süsste sie hier Mami Longlegs einfach Wir haben es geschafft mit dem Zug, ne? Ja, aber wo müssen wir jetzt hin gerade? Lass mal über den Zug nochmal rüber gehen, guck mal Ja, da müssen wir rechts runter Hier oben Wir müssen auf der falschen Seite runtergesprungen, guck mal Oh mein Gott Wo glaubst du führt der Zug jetzt auch hin? Ne, ne, ich glaube wir sind nicht mehr auf dem Zug Wir müssen da vorne, da war so ein Pfeil gerade Siehst du das da vorne? Guck mal, lass mal Siehst du den Pfeil da vorne? Da müssen wir hin Ja, da steht aber nur Play Again, glaub ich Ah, da müssen wir irgendwo hin Warte mal Hier ist das im Safe Call ein Geheimversteck, ne? Ja, da siehst du das? Ah, nee, andere Obbys Irgendwo ist hier gar Was meinst du, wenn man auf dem Zug Mich hätte interessiert, was passiert, wenn man auf dem Zug drauf bleibt Das hätten wir machen müssen Stimmt Oder warte mal, was ist da vorne? Guck mal, wir können doch hier vorne noch zu Mami Longlegs Guck mal hier, zu ihrem Arm Oh mein Gott Einfach Mami Longlegs Wo flüht der hin? Wo flüht der hin? Chapter 2 einfach Wo geht der hin jetzt? Oh mein Gott Alter, ich bin Nein, ich kann nicht weiter durch Aber wir sind jetzt hier einfach auf Mami Longlegs, glaub ich, drauf Einfach auf hier drauf Guck mal, die leuchten in bösen grünen Augen Die sehen auch gruselig aus Sieht echt voll gruselig aus mit ihren Augen, ne? Ich komm hier unten drunter nicht durch Doch jetzt Alter, ich dachte, wo ist die da durchgekommen? Hier hin? Hä, wie krass ist das denn? Hä, das sieht halt echt voll krass aus Wenn ich jetzt hier raufgehe, was passiert dann? Ah, ich bin wieder am Anfang Nein Nein, zeig mal Och Mann, ey Wir müssen jetzt hier diesen heftigen Burger entkommen Weil er sagt hier, er ist zu einem Burger verwandelt worden Und ist jetzt hier so gegessen worden So wie wir Nein Ich wollte ihm doch nur helfen, Leute Och Mann Baut auf den Like-Button und auf den Auge-Button Wenn ihr von mehr sehen wollt Und dreht auf jeden Fall einmal ganz kurz auf euer Handy Und drückt bitte auf die Glocke, Leute Dann kommt nämlich jeden Tag eine Benachrichtung auf euer Handy Oder auf euer Tablet Dann kriegt ihr nämlich jeden Tag eine neue Roblox-Folge Jetzt sind wir hier gerade mitten in einem Burger drin Guckt euch das mal bitte schön an Hier ist so Senf und Ketchup Oder so, nee, es ist glaube ich eher Senf, ne? Und jetzt, oh, sind die einfach verbrannte Buletten Und wer ist das denn? Hallo, kommst du mit? Wir können jetzt hier mal weitergehen Und hier sind jetzt so ganz, ganz viele verbrannte Buletten Das ist ja auf jeden Fall gar nicht so cool Und wir machen hier die ganze Zeit so Vorwärtsaltos Hier Auch ein Pfannenwender am Start Und warte mal Müssen wir jetzt hier durch das geheime Burger-Tor Oh Gott, guck mal hier Das ist sogar noch mit Salat und Käse denn bedeckt Und, oh, alter Schwede Wo sind denn wir hier jetzt gerade gelandet? So sieht das also aus in einem Burger Da hat man auch so hier die Wurst und so am Start, Leute Also hier, die Wurst hat auf jeden Fall ein Ende Und ein Anfang Dazu müssen wir jetzt hier auch rüberrennen Hier noch Salami Über Salami rüber und so Ey, ist ja voll verrückt Das ist ja auch noch ein Hotdog Und wir dürfen bloß nicht die Semspur berühren Weil wenn wir die Semspur berühren Dann, äh, werden wir anscheinend draufgehen Und das wollen wir natürlich nicht schaffen Und vielleicht schaffen wir es ja zum ersten Mal ohne Aber nein, ich hab's natürlich wieder nicht geschafft Es reicht anscheinend schon, wenn ich nur daran denke Dass wir vielleicht eine Obby schaffen, ohne einmal draufzugehen Aber nein, irgendwann, Leute Ich sag's euch, irgendwann schaffen wir es bestimmt noch mal Dass wir eine Obby schaffen, ohne ein Leben zu verlieren Jetzt müssen wir hier über so Spiegeleier rüber Sag mal, was ist denn das hier für ein verrücktes Essen? Erst ein Burger, denn so Würste So ein Hotdog und jetzt auf einmal Spiegeleier Schon wieder einfach hier so ein Salami-Weg, Alter Ich glaube, oh, Bacon Ja, hier ist einfach, hier sind so Bacon-Sachen aufgespießt auf einer Gabel Und auch der Boden ist Bacon, fällt mir gerade erst auf Das ist ja gar keine Lava Das ist einfach Bacon So, jetzt können wir hier noch weitergehen Und Pommes sind hier anscheinend auch noch in so einer Fritteuse Und wenn wir jetzt hier noch ein Stück weitergehen An den Gabeln und so vorbei Dann landen wir genau hier bei der McDonald's Pommes Und ich muss sagen, die McDonald's Pommes Kriegt von mir eine Bewertung, ein 7 von 10 Ja, also bei meinen McDonald's, muss ich sagen Sind die auf jeden Fall immer sehr, sehr labbrig und so Also fühlt sich an, als wenn ich die von gestern abbekomme Aber kein Problem Die sind nämlich frisch in der Fritteuse Auf die können wir auf jeden Fall hier ganz entspannt springen Und warum sind hier die ganze Zeit so eine Salami-Wege? Ich habe keine Ahnung, was es hier für eine Obby ist, Leute Aber einfach schnell kommen Und sind das hier Fleischbällchen? Oder sind das so Hasenköte? Ich hoffe mal, das sind Fleischbällchen, Leute Aber hier Okay Ey, wir sind mega, mega gut am Start Und mit Vorwärtsalters und so Und jetzt dreht hier durch das nächste Burger-Tor durch Alles klar Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Ist hier gefühlt der Der Senf, äh, der Senfraum oder so? Die, die Panikzelle? Ich habe Leute, was ist, wo sind wir hier gerade gelandet? Was soll das hier sein? Ist das hier irgendwie am Boden Salat? Oder Ich habe gerade keine Ahnung Aber ich möchte auf jeden Fall einfach nur schnell hier aus diesem Raum raus Das heißt Hier nochmal durchs Burger-Tor durch So Und wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier in irgendeinem komischen grün-gelben Raum Oder in so einem Ah, wir können hier hochklettern Ach so Ach Das ist die Pommesleiter Ha Wir können hier einfach die Pommesleiter hochklettern Okay, dann komm Dann, äh Ja Fliegen wir mal hoch Also irgendwie kletter ich nicht Sondern ich fliege jetzt einfach hier hoch Diese ganze Pommesleiter nach oben Oh Wie ich hier einfach hochfliege Ohne irgendwie meine Hände oder so zu benutzen Daran könnt ihr sehen, dass ich hier der Roblox-Gott bin, ja Also ich muss ja nicht einmal, äh Meine Arme benutzen Selbst hier, wenn ich jetzt wieder runterfall Seht ihr hier? Ich fliege einfach wieder hoch Ohne Probleme Komm, wir gehen jetzt mal weiter Durch das Tor Und jetzt sind wir hier Auf so einem riesen Barbecue-Grill Guckt euch das mal an Hier werden auch die ganzen Buletten gemacht Und ich glaube Die sind gar nicht verbrannt Die sehen einfach nur so komisch aus Weil die Textur nicht so gut geladen ist Aber Das ist natürlich kein Problem Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen weiter Müssen wir jetzt hier Ich glaube wir müssen Warte, wir haben jetzt zwei Wege, die wir gehen können Entweder wir gehen jetzt hier unten lang Okay, wir haben nur einen Weg, den wir gehen können Wäre auch so gefühlt das erste Mal Dass ich eine Obby spiele Wo man so wirklich zwei Wege lang gehen kann Also wir müssen jetzt hier doch anscheinend Den Pfannen werden da hoch Und jetzt sind hier wieder so Bacon-Streifen Oder sind das Bacon-Streifen überhaupt? Ich weiß gar nicht Könnte auch einfach so eine Ganz normale Öl-Spur sein Oder so eine Fettspur meine ich eher Obwohl, das sieht genauso aus wie Bacon Das muss ja eigentlich Bacon sein Okay komm, nächster Checkpoint jetzt hier Gesaved Und oh Diesmal dürfen wir die Gabeln aber gar nicht berühren Weil die sind komplett heiß Die seht ihr ja Die sind ja auf dem Grill quasi drauf Und sind so heiß geworden Ich meine Vielleicht kennt ihr das ja Wenn ihr irgendwie zum Beispiel Essen oder so in die Mikrowelle packt Und dann habt ihr doch das Besteck mit drin Das ist dann sowas von heiß Jetzt laufe ich noch ganz kurz über diese Würste rüber So Ohne Probleme Bloß nicht unten den Grill berühren Oder das Grillrost Auf gar keinen Fall Und jetzt hier nochmal ganz los Den Pfannen werden da Und ab geht's wieder Durchs nächste Burger-Tor Oh nein Leute Hier sind einfach Buletten Die runterfallen Oder so Oh guck mal Ihr seht's hier So riesen Klumpen Das sind ja riesen Fleischbällchen Alter war das knapp Okay komm Wir laufen jetzt hier mal ganz entspannt hoch So Ich denke jetzt wird gleich wieder von links angekommen Deswegen gehen wir jetzt hier mal rechts Also ich gehe auf jeden Fall hier echt mit ganz schöner Motivation an die Sache Guck mal wie ich meine Arme und meine Beine mitbewege Hier und vorwärts Alter Alles klar So Gehen wir jetzt hier nochmal durch dieses Turm Wo sind wir jetzt hier gelandet Ich glaube Oh mein Gott Da vorne sind Corndogs Leute schnell Ich möchte zu diesen Corndogs hin Die sind sowas von lecker Oh komm So Über die ganzen Pommes rüber Ganz schön kleine Pommes muss ich sagen So Hier Leute Das meine ich Das hier sind Corndogs Die schmecken mega mega gut Und die kann ich nur empfehlen Wenn ihr die irgendwo mal seht Probiert die auf jeden Fall mal aus Die schmecken mega mega lecker Aber hier springen wir jetzt erstmal über die ganzen Sachen rüber So Abgesetzt hier wieder durchs nächste Tor Jetzt sind wir hier sogar schon bei so Schaschlik Spießen Oder wie nennt man die Ich habe keine Ahnung Wow Wow Nein Ey man Alter man wird ja mega 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 schnell da auf dem Boden Das geht noch viel viel weiter Das sind dann glaube ich einfach so Ich glaube so Gemüsespieße Mit so ein bisschen Fleisch noch dran Oh Hier ist nämlich Salami Pilze und sowas Und die ganzen Sachen Und Tomaten sich auch hier Und der letzte Spieß Ja Und Oh Hey Okay Dann haben wir das schon mal auch überstanden Auch nicht so schlecht Komm Nächster Checkpoint jetzt hier Und jetzt geht es hier Oh Hier geht so eine ganze Rutsche runter Dann komm Rutschen wir mal mit dem Gesicht zuerst Yeah Oha Ja Und Batz Oh Nein 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 Ich bin wieder rausgeflogen Wir sind flummig einfach Komm Ich werde jetzt einfach Ja Wieder mit Geschwindigkeit Runterspringen Und diesmal bitte nicht Vorsichtig Oh Hey Warum fallen wir denn die ganze Zeit Durch die Wand da Okay Alle guten Dinge sind drei Leute Obwohl ich sagen muss Ist Ah Ah Nein Ich wollte gerade wieder hochgehen Das falle ich doch runter Oh Bitte Lande einfach ganz normal Ja Oh Oh Stopp 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 Nicht zu drehen Hör auf damit Hör auf damit Und Oh wo sind wir denn jetzt gelandet Sind wir jetzt hier gerade bei einem Haus Wo uns das jetzt alles serviert wird Hallo Können wir hier in das Haus rein Gehen Hallöchen Ist jemand drin Klopf klopf Okay hier ist schon mal keiner drin Ah Hier ist noch ein Checkpoint Und hier kann man es auch noch hinsetzen Hier ist auch noch so eine So eine Spiele Ecke quasi Ach okay Und dann können wir uns hier noch so eine Farbe aussuchen Hier zum Beispiel weiß Und können wir uns hier noch so ein Jumppad und Speedpad nehmen So Zack Und jetzt können wir quasi so einen eigenen Weg kreieren Leute Hier warte Pass auf Und zwar Zack So Unser eigener Weg Juhu Ja wir haben quasi das Hobby geschafft Hier guck mal Unseren ganzen Weg Das sieht ja mal mega mega verrückt aus So Zack Und So Ah Oh Kaspar Oh Gott Okay komm Alter Die ist ja voll sauer jetzt hier gerade Was ist das hier los Sieht sauer auf mich weil sie gecheckt hat dass ich sie angelogen hab Ja ich bin nämlich gar nicht so Kaspar Was soll das Oh nein Oh nein Ich wollte doch eigentlich gar nicht so böse sein Sag mal Oh mein Gott unglaublich Ey guck mal Sieht sogar Fehlstaub von der Decke Auch ekelhaft Guck mal hier sind ihre alten Gebisse oder sowas Guck mal was hat sich Ey Was war das denn Ich bin auch drauf gegangen Was ist denn das für eine komische Anzeige hier Zu schlecht Okay jetzt müsst ihr aufpassen Und du aber Okay die Seitenblasen jetzt schnell Jetzt schnell Alter okay Ich hab da bist du verrückt Ja ja ich musste ganz schnell machen gerade Alter Schwede Okay Und hier Ja sehr gut Alles gut alles gut Ich komm mal hier Das wäre in den Schrank rein anscheinend Und ab in den Schrank Oh hier ist ein Loch Wow Was geht denn mal Oma ab Was sind die für eine krasse Schränke Ich kackte die hat hier voll das Labyrinth gepackt Oh nein passt auf Hä Oh Gott Das ist ja echt ein Labyrinth Ich habe hier voll den krassen Sprung gemacht gerade Hä wie können wir die Bretter machen und sowas Äh ist das Omas Zunge Ist das ein Regenwurm glaube ich oder Äh was geht mal Oma im Keller ab hier gerade Ich weiß jetzt auch nicht genau was hier los ist Hier lang oder was Ah hier können wir die Münze einsammeln Sehr gut Ja sehr schön Okay aber wo genau Das ist eine Sackgasse hier Ja Oma Hä Oh Gott Hä Oh Gott hier ist noch eine neue Sackgasse Wo sind wir hier raus aus Omas Links lang Links Gerade raus Hier lang Hier lang Okay Sind wir von da gekommen Ich glaube nicht oder Doch Hier sind wir nicht Ja okay Sehr gut Guck mal was sagt der hier Oma hat uns fein gestellt Wir müssen den Kopf finden Ähm Hier Hinten Okay okay drück drauf Abgedrückt Oh ja das Holz ist abgefallen Nein Oma ist direkt vor uns Äh was ich seh das Achso jetzt Ja ja pass auf schnell Oma ist direkt vor uns Oh Gott Omi ich 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 meinte Prokto ist ganz böse Der ist ganz Der hat auf der Stelle mich gelästert Ey jetzt muss ich hier Der mag dich gar nicht Nein Deinen Enkelsohn lügt dich an Nein Dein Enkelsohn lügt dich an Oh mein Gott Gar nicht wahr Ich bin ein netter Enkelsohn Ja 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 pass auf Mal gucken ob du das überhaupt schaffst darüber Ne Ach Einfach eine Sache Ja gut dann geht's weiter in den nächsten Raum Oh Oma Strickraum Pass auf hier Oh du musst vorsichtig sein Damit wollte Oma dir einen Strick machen Ey Unglaublich Wollte dir haarige Enkelsocken machen Die wollte so einen richtig kratzigen Schal machen Den du mal tragen musst Wenn du zu besucht bist Ja man Ja man Oh Gott Oh oh Okay die sägen hier Oh Gott Hier die Ketten sägen Ich glaub das sägt Oma durch gerade Warte die müssen wir ausstellen Mit dem Knopf hier So Ich hab die ausgestellt Okay Schön Dann hier lang Oh Gott was ist denn hier du es jetzt Das Inferno Möbelhaus Was Oh nein Oh Gott Oh guck das mal schnell mal schnell abhauen Oma hat das Haus anscheinend unter Feuer gesetzt Oder so Sie ist richtig wütend Ich merke das schon irgendwie Omas Haustierkatzen Oh nein Oh nein Guck mal hier Strudels Und mittens Alter Okay die werden auf jeden Fall Aufpassen Dass wir jetzt hierher kommen Mittens Guck mal die sind richtig sauer Weil die kriegen nur Trockenfutter Anstatt so ein richtiges Schleimgestürfisch Die sind richtig sauer Die werden auch gequält Und so richtig gasige Katze Guck mal die trägt ne Krawatte Alter Die wird richtig gequält Ja welche Katze trägt schon ne Krawatte Die Arme Ist so oder so ein Outfit oder sowas Okay komm wir gehen weiter Hält mal Da ist Oma Guck mal die macht sich ganz viel stört Guck mal die ist Eiergespräch Oh da hab ich schon Bock drauf gerade ne Ah Oh mein Gott Das war grad mega knapp Muss man hier ein bisschen drauf springen ne Hier Spiegelei topf Okay alles gut Nicht zu lange draufstehen Das verbrennst du auf jeden Fall Sieht auf jeden Fall gruselig aus Gott wir müssen irgendwie vorbei an ihrem Nudelholz ne Ich glaube Pass auf Oh mein Gott Nein Kassel du wolltest das genudelholz Oh mein Gott Ich wollte überrollt ey Ich weiß Guck mal wie hungrig die auch aussieht Ey die hat richtig Hunger alter Na zack jetzt aber Oh die ganze Kugel Okay Nein Die ist richtig dick ey Abwasch machen Oh ne das hasse ich ja ne Ja Hä Wie dürfen wir denn da nicht berühren Hä Mal gucken mal gucken Ja Der Topf ist anscheinend heiß oder was Denkst du ich fall da nochmal drauf rein oder wie Vorsichtig die Kleinteiler und sowas Auch hier über die Enten Ich bin jetzt hier Obby King Los geht's Ja ja genau Du wünschst du wärst der Obby King Das bist du aber gar nicht Pass auf die zerbrechen Ehrlich Oh mein Gott Die wackeln so rum Wackeln rum ja Okay pass auf Wir müssen glaube ich hier so ein So ein Dings benutzen hier an diesem Keks Ein Keksportal Wo sind wir denn jetzt Oh nein Omas Knete Was sind das Sind das Skitten Ich glaube das sind ehemalige Enkel Glaubst du Die sind alle wahrscheinlich so Im Keksteig oder sowas Im Kneteig so gemacht worden ne Das kann ich mir gut vorstellen Guck mal hier auch so Pinsel noch drin und sowas Das ist doch kein Pinsel Das ist doch ein Marshmallow oder nicht Nein das ist ein richtig großer Pinsel Was weiß ich wie das hier auch wie ein Marshmallow Wie sieht denn Marshmallow bei dir Boa Oma guckt oben rüber Guck mal hast du gar nicht gesehen Lol ja stimmt Aua Die hat mich mit ihrem ekelhaften Blick angeguckt Okay da war ich wieder schrocken Ja Da ist in die böse Farbe hier getreten Ah Mano Jetzt kommst du nie wieder rüber Toll denn das Ja weil die mich anguckt jetzt Du hast mich voll nervös gemacht Ja okay okay Ja gut Sehr gut Dann müssen wir durch die Tür vorbei Oh nein Oh nein Für einen entscheiden Ich sag es ist rot Nein Oh Hä welcher war es Ey nein Mano Wow Was Wow Was Ich hab alle richtig geraten alter Und ich bin trotzdem vor dir durch die Tür Hahaha Ja und Ich hab trotzdem alle richtig geraten Warum ist Oma so groß alter Oh mein Gott Die sieht auch aus so ekelhafte Plätzchen und sowas Ich glaub vielleicht sollten wir uns an die vorbeischleichen Wenn irgendwie müde wird Oder so wie viel Plätzchen die ist Vielleicht können wir abhauen auch irgendwie oder sowas Ja das wäre natürlich auch eine Option muss ich sagen Irgendwie langsam an die vorbeischleichen Und dann Guck mal die auch im Schaukelstuhl Hallo Omi Oma fällt gleich im Tiefschlaf Das seh ich schon kommen Ich hab den Lolli da auf Ne den Lolli berühr ich auf gar keinen Fall hier Der klebrige Lolli Der ist auch ekelhaft und gifstig Der ist schon alt Der genauso wie Omi Ist so Omi ist richtig alt Hey Tja du hast einen übersprungen Hättest du nicht so schnell machen sollen Ey du musst von da wieder anfangen als ob Ja man Ich muss von ganz vorn Ich hoffe du gehst jetzt auch nochmal drauf So Ne Ich geh hier gar nicht drauf Ich bin Profi alter Ach Profi Hier die Lolli ist hoch Mann Omas Hand Oh Gott Guck mal hier Ich kann die Kicks Wir müssen aufpassen hier Was hat die denn für Rachen alter wie viel ist die denn Das ist so ein dickes Schwein ey Ich sag's dir Ohne Spaß Alter richtig eklig Boah Okay jetzt wo sitzt es hier auf die Das hat die alles gegessen Ihr Frühstück Alter die isst allein schon so ein Cheeseburger zum Frühstück Das Ding ist die Kauten immer kaputt Die zerschlingt den einfach Stimmt Stimmt Nix passiert Was ist los Du bist draufgegangen Nein gar nicht Ich hab draufgegangen das erste Mal Gar nicht bin ich Ich glaub's nicht Oh mein Gott Ach nein Oh mein Gott du bist so schlecht Nein wo muss ich lang gehen Ich hab Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Bitte sag mal die richtige Tür Nein Das sag ich dir auf gar keinen Fall Und welche ist es Ich hab richtig gut geraten Die Schackflüsse Pass auf Ich will nicht Oh nein Oh Gott wo sind wir denn jetzt hier gelandet Ey Wir sind im Garten Hä wir sind voll schnell Wow Oh mein Gott Was Das ist auch mal auf dem Rollstuhl angekommen Wir müssen nach links laufen Gib Gubi Die ist hinter uns Pass auf Alter Pass auf Die ist auf Ey Die ist auf Oh mein Gott Die haben wir uns Lauf weg Kaspar Oh mein Gott Die ist hinter uns Die macht alles kaputt Oh mein Gott Die ist voll durchgedreht Die fährt über alles rüber Die ist voll leicht Mann die haben mich getroffen Ja Ja Die haben mich den letzten Mal noch getroffen gerade Oh mein Gott vorsichtig Ey die ist immer näher dran Die haut doch die Autos kaputt Oh mein Gott Hau ab bitte Hilfe Kaspar Lauf zu stellen Wir kannst Oh mein Gott Ey die ist da so noch Ey die kommt immer näher Wie lang Oh rüber springen Hau ab jetzt Hau ab jetzt Ich gucke nur noch nach vorne Nur noch nach vorne gucken Nur noch nach vorne gucken Ich will konzentrieren Ben ist sie Oh mein Gott Alter die springt da mal eben Über so ganze Sachen Alter die ist hier gecrasht Bei mir Da bist du Kaspar Komm schnell Oh Gott oh Gott Ich lauf Komm schnell Ich lauf Gummimmi Nimm die Beine in die Hand Ja wo Oh mein Verdammter Mist Sehr gut Sehr gut Ich hab noch voll Zeit Da kommt die jetzt erst Und Ja Die crash jetzt hier vorne Hä Alter Ich weiß Ich weiß Ich weiß Guck mal Wir haben es geschafft Wir haben es überlebt Wir sind Oma entkommen Zuhause Ja Mein Gott sei Dank Juhu Etwas Schlimmes ist in Roblox passiert Denn Jenna hat einfach die ganze Stadt gehackt Freunde Wir müssen probieren sie heute aufzuhalten Leute Es wird immer heftig Let's go Yo Kaspar Alter Heute wird es heftig Oh mein Gott krass Wo sind wir hier Ja heute ist irgendwie Jenna oder sowas So eine ganz böse Frau Die müssen wir heute irgendwie besiegen Jenna die gruselige Frau Wollen wir hier reingehen einfach Genau wir gehen hier rein einfach Okay okay Warte mal Aber da hinten war doch einer Der war viel voller Aber egal Vielleicht fühlt sich das hier noch Ja gut okay Guck mal wo wir sind Was ist denn das für ein krasses Haus Ey das sieht aber mega gemütlich aus Muss ich sagen Wollen wir da mal reingehen Guck mal da kommt jemand Guck mal das ist Shane Den kennen wir doch noch von früher Shane den kennen wir echt Woher kennen wir den nochmal Aus anderen Storys und sowas Stimmt Shane auf Ehre Wie geht's dir Wir haben nur noch zwei Stunden Bis zum Showstart Was denn für ein Showstart Okay okay Dann würde ich mal sagen Warte mal Wie ist das Wer ist das denn da So ein Obdachloser Er sagt Jenna kommt Was geht denn mal dem ab Äh ignoriere ihn Er ist ein verrückter alter Mann Äh du verrückter alter Mann Da vorne Ist so Jenna ist doch egal Lass mal reingehen Caspar Ich bin mal gespannt Hey guck mal hier Hey da bin ich Da bin ich Da bin ich Da bin ich Das ist ein wild von mir Nein Ey war ganz schön modern eingerichtet Muss ich ja auch sagen Die Möbel so ein bisschen So auf asiatisch und sowas gemacht Gefällt mir Ja gefällt mir ziemlich gut Muss ich sagen Was ist hier vorne noch Okay hier ja Denkst du da können noch irgendwas finden Oder sowas in dem Haus Ich weiß es nicht ganz genau Warte mal gibt es hier nicht mal Einen zweiten Stock oder was Wahrscheinlich nicht Okay also das hätte ich nicht gedacht Oder ist hier eine Treppe Die ich nicht gesehen habe Kühlschrank oder sowas auch nicht Sönd mal bedien ich mal Nicht am fremden Kühlschrank Ey ich wollte nur ein bisschen gucken Nur gucken und dann hörst du Hängst du da schon Im Erdbeer Smoothie drin Ja hast du schon recht Komm lass uns mal Durch ein Verstecken spielen In der Zeit wo jetzt Was passiert Ja okay 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 Aber wo sollte ich mich Am besten jetzt verstecken Ist die Frage ne Vielleicht hier vorne irgendwo Ja Oh wir kriegen sogar gerade Geld Sagt der Wenn wir ihn in unter 30 Sekunden finden Kriegen wir 50 Dollar Okay okay Aber wo könnte er denn jetzt Sich verstecken Sag mal Okay das Haus So ist der Chain finden Ne Kette Ne Kette Nein wo ist Chain Achso Achso Chain Wo ist das Hier oben Wo ist oben Man konnte auf einmal hin Nach oben gehen Wo bist du denn Sag mal Ich bin ja jetzt gerade Im zweiten Bereich Aber Ich habe ihn Ich habe ihn Er hat sich im Badezimmer Versteckt In der Badewanne Ja moin Du hast ihn da richtig schnell gefunden Sag mal Ja 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 Kannst du mal sehen Ach krass Okay sehr gut Sag mal Läuft doch Und in 18 Sekunden Das heißt Ich habe ihn einfach So schnell gefunden Dass wir jetzt die 50 Dollar Haben können Können wir was im Laden Uns hier kaufen Guck mal Da gibt es eine Taschenlampe Die du dir kaufen kannst Ne Ja aber das Ding ist Der will mir jetzt die 50 Dollar Nicht geben Sag mal Was ist das für ein Egoist Er macht Er kauft Pommes Und dann können wir in den Pool gehen Ja Da habe ich Bock drauf Ist auch in Ordnung Wow Guckt mal hier Eine richtig dicke große Pommes Ich sag euch Eine dicke Pommes Und einfach ein geiler Pool dazu Was will man eigentlich mehr Ja Wo ist denn Jenna jetzt hin Siehst du das Wie Wer ist Jenna Ich glaube die ist hier eben noch mitgelaufen Oder so Die ist jetzt weg Oder sowas Der hat Obdorloser noch gesagt Dass Jenna noch erst kommt Das stimmt Was ist denn Was ist denn Was sind die hier überhaupt für Hä Okay Jane willst uns anscheinend erklären Was mit Jenna los ist Aha Jane hat sich in Roblox Server reingehackt Und will Roblox Was Will Roblox kontrollieren Und sie bannt jeden Account Wow Jane Was Jane Nein Was war das gerade Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Siehst du da sein Geist Ja Ist das Jenna Hä Oh mein Gott Okay Lass uns schnell Wir sind drin Oh mein Gott Was Denkst du Was war das um einmal Hier ins Zimmer reingehen Ey der wurde gerade einfach Der wurde gehauen Er wollte uns gerade erklären Was mit Jenna ist Und dann auf einmal Keine Ahnung Kommt die raus Denkst du Der wurde gerade gebannt Ich weiß Ich weiß nicht Ist ja auf jeden Fall Ein Hammer gesehen Hast du auch ein Hammer gesehen Ja so ein Bannhammer Ja safe Ach krass Ey und das haben nur Die Roblox-Admins sowas Das heißt irgendwo Hier muss ein Roblox-Admins Anscheinend ja schon Ich kann mir nicht vorstellen Dass das wirklich eine Jenna ist Oder sowas oder Oder vielleicht ist es doch sie Und sie hat sich gerade wieder reingehackt Das kann auch sein Warte mal Das Gerücht ist wahr Jenna ist hier Was ist das in den Nachrichten da Oh Oh mein Gott Der Jenna-Hacker ist da Oder Jenna-Hacker ist da Meinst du da ist eine Frau hinter Ja ja natürlich Oder ein Mann Ne eine Frau Okay Vielleicht sollte man doch irgendwie Nach unten gehen Wo sie nicht hacken kann Ja das ist irgendwo ein Unterschlupf Aber wo denn am besten Ich will nicht gebannt werden Ich auch nicht Wir haben den Account schon so lange Ich weiß Wo können wir denn jetzt hin am besten Ich gucke jetzt auch gerade hier mal Also Unterschlupf gibt es glaube ich hier gerade nicht Hallo Wer ist das denn jetzt Ist jetzt hier irgendwo der Unterschlupf Oder wo sind wir Ja das ist echt eine gute Frage Wer kommt mal angefahren jetzt gerade Sag mal Was war das Der Bannhammer Nein Nein Was war das denn für ein Zeichen Sag mal Ich glaube Ja Da kommt das Auto schon wieder Was ist damit jetzt Was hat es sich damit auf sich Ja eben war das Auto auch schon damit im Hammer Ne Meinst du das ist das Auto von Jenna Oh oh Wir sind im Tierheim Das ist jetzt aus den Nachrichten Guck mal Stimmt ja Das haben wir gerade im Fernsehen gesehen Lol Ja Okay Willst du reingehen oder was Dann lass uns aber reingehen Wenn Tommy das sagt Dann let's go Wo sind die ganzen Tiere Guck mal die Giraffe hier Stimmt die sieht auch ganz schön gruselig aus Ne Warte Das ist das Wacht Immer Das ist eine Ruhestätte Wo sind die ganzen Tiere Frage ich mich Die können nicht gebannt worden sein Alter Wir müssen planen wie wir Jenna besiegen können Ah Okay dann sollen wir jetzt erst mal seinen Freund kennenlernen Irgendwie Weiß nicht Gerald die Giraffe Oder wer soll das sein Ja Ich glaube Gary die Giraffe Ist am Start Ich glaube auch Mal gucken was er Mal gucken wie er sich vorstellt Okay mal gucken Ich bin mal gespannt Hallo Warte wir können auch ein Bett aussuchen Ich nehm das hier hinten Oh mein Gott Ich nehm das hier Oh mein Gott ich bin richtig vergraben Ich auch Alter Ich Nein hau mal ab hier Ich will schlafen Ja ich seh schon wie der dich gerade nervt Ist so die will hier irgendwie keine Ahnung Ich will pennen Und die nervt hier noch rum Ist so Alter Guck mal die kann sich gar nicht hinlegen Ja ist so Guck mal die ist zu blöd dafür Hä Oh mein Gott was Okay also Vielleicht kriegen wir sogar was zu essen von Tommy Das wäre auch nicht schlecht Ah auf Ehre Es gibt eins für alle Was hat er uns jetzt gegeben Ich bin eine Giraffe Was Können wir nicht einfach den essen Hä die Giraffe ist am verhungern glaube ich Ich glaube auch Wir sollen mal unser Essen abgeben Nein Was wollen wir machen Essen an die Giraffe geben Oder selber essen Komm wir opfern es oder Ja okay wir sind nett Wir opfern das Essen Ich glaube wenn wir es nicht opfern würden Dann isst die uns Weil die Hunger hat Ah ja das kann sein So würde ich jetzt Würde ich jetzt auch vermuten Ich steh mir grad vor Dass sie vielleicht Oh mein Gott Dass sie verzaubert ist oder so ne Denkst du Vielen Dank für die Bohnen Und Das sind so Zauberbohnen Ja ich glaube Warte mal Die heißt Schapin Schapnin Schapin Das sind blöder Narben Sag mal Warte ist das vielleicht So ein Atmen oder sowas Ach lol Der Waffelmann Atmen Ach was Wow Die Genar Army kommt Nein Wow Schnell lass den Atmen folgen Guck mal wie der rumläuft Wie die Graffe läuft Ach die Junge Wie läuft die Ich mach den Keller auf das Hier mach auf das Ding Mach auf Mach auf Okay Und jetzt Wo sind die Hier ist Waffenblock Wo denn Hier haben wir so ein Hammer und sowas Können wir doch nicht nehmen So ein Filmprojektor War es eine Säge Hier ist so ein Schlüssel auch noch Aber wovor stecke ich mich am besten Ich glaube ich gehe hier auf die Kiste So Denkst du Am besten wir verstecken uns jetzt Ich glaube die Armee wird uns auf jeden Fall nicht hier unten finden Ne Ja also vielleicht haben wir ja auch in den Kisten noch was cooles hier drin Irgendwo ein Baseballschläger oder sowas in den Kisten Ja irgendwie sowas vielleicht Okay Wir sollten sie zu öffnen Vielleicht hier mit dem Hammer können wir die aufmachen die Kisten Ja Oh ja Basis Hier aufmachen und Ja Ich habe ein Sehr gut Guck mal Hier sind ganz viele Wo bist du Hier sind richtig viele Was war denn bei dir So Bam 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 Wir werden uns wehren Ist so Werden wir gebannt Die band uns nicht Ich will hier nicht gebannt werden Das mag ich nicht Ich auch nicht Oh Ich habe Angst dass die Armee kommt Oh ich auch Da ist sie Schnell der Hacker Oh mein Gott Schnell der Hacker Au 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 Er haut mich Mit dem Hammer Au Er hört nicht auf Der hat einen Bannhammer Pass auf der kann ich jetzt schnell bannen Wenn du jetzt stößt Auf ihn Auf ihn sind drei Hacker Wie viele Hacker sind das Die hängen fest Die hängen fest Alle drauf Ja Oh mein Gott Die hängen fest Ey wir haben die gerade einfach alle zersäbelt Alter Komplett Komplett Schon mal sehr sehr gut Aber warte mal Tommy Tommy Wo bist du hin Tommy Guck mal hier wie der da steht Mit dem Baseballschläger Der ist voll bereit Im Keller Ah Der könnte Tommy Nein Er hat es nicht überlebt Was Was Als ob das jetzt Jenna ist Oder so Das ist nicht Jenna Das ist irgendeiner Sorkus Top Admin Oh mein Gott Was Ich habe ihn gefragt Ob alles hier unten in Ordnung ist Das ist für Jenna Das ist für Jenna Was Oh nein Wir müssen den besiegen Jau Wow Alter Das ist mir wehgetan Wie soll man jetzt den besiegen können Der kann Feuer spucken Oh Der kann Feuer spucken Unfallnetz Jetzt lauf weg Okay wenn er aufhört Müssen wir ihn angreifen Er wird schnell aufhören glaube ich Ich glaube Irgendwann muss er aufhören Mein der Kind hat eingekillt Der hat eingebannt gerade Ich habe es gesehen Ich habe es gesehen Ey wir müssen ihn jetzt besiegen Brocks Sonst kriegt er uns Wir müssen ihn schlagen Er muss doch mal müde werden Ich weiß nicht ob der müde wird Ich glaube wir müssen einfach rangehen Ne ne wir müssen gerade warten Wo Da steht er Jetzt Jetzt Schnell Alle auf ihn Bam Alle o Alle o Alle o Alter Oh mein Gott Er ist fast tot Weg hier Weg hier Oh mein Gott Wir müssen ihn noch ein bisschen müde machen Oh Komm doch dort hier Du triffst mich nicht Du triffst mich Wow Okay Er ballert deinen Heiz So Jetzt können wir zugucken Guck mal Wir können jetzt zugucken Wie müde der wird Auf ganz entspanns Aber guck mal da oben Wo denn Vielleicht so ein Geheimspot ne Wo denn Wie oben Da oben steht noch ein anderer Typ Siehst du den Ach stimmt Der Deswegen greift er den Nein Das ist wieder auf uns gelockt Oh 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 nein Oh nein Er ist locker Er ist locker nicht müde Oder sowas Jetzt Er kann da nicht mehr Er wird sich übergeben Jetzt Ihm ist schlecht Jetzt auf ihn Und Ja Oh mein Gott Was Guck ihn dir an Wie eine Kartoffel ist jetzt zusammengefallen Ist so Haben wir jetzt hier den Hammer Ja gut Ach vielleicht kriegen wir jetzt den Okay Okay Das Ding ist Warum war der denn für Jenna Ja gute Frage eigentlich ne Vielleicht weil Jenna so viel Macht hat Ja Jetzt kommt die Grafe wieder runter hier oder was Aber wo ist Tommy jetzt Die ist viel zu spät Die hast du jetzt erst mitbekommen Dass wir hier unten die ganze Zeit am kämpfen sind Wow Guck mal Er ortet gerade irgendwen Na ja ja Stimmt Ähm Okay Ortung Ortung Oh lokalisiert Er hat jemand gefunden Wen denn Oh mein Gott Hauptquartier Auf dem Dach des Roblox Hauptquartiers Lol Ja dann aus dem Weg hier du doofe Giraffe Weck da Wir müssen durch jetzt hier Let's go Nein Guck mal den Hals ein Ist so Duck dich mal So ab zum Hauptquartier Also da muss Ich kann mal vorstellen dass Jenna da auch ist Guck mal Wir sind da Nein sie sind voll beschützt Guck mal wie das Gebäude auch aussieht Das ist ja komplett Schrott Ja das sieht aber viel besser aus Ich weiß nicht ob Jenna ganz oben ist Ich könnte es mir aber tatsächlich vorstellen Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen Muss ich sagen Mal wir gucken mal Wer ist das denn Oh Gott oh Gott Äh Das ist das Was ist das Ist das Thanos Ne oder Ne ne Das sind irgendwelche die so rumeiern Davor Tacke Tom Gehackt vor zwei Tagen Wenn du gehackt bist gehörst du zu ihrer Armee Ach was Ja Ach lol das sind die von wem Oder die anderen Spieler Oder was Guck mal der ist gerade mal vor einer Stunde gehackt worden Stimmt Lol Ist so Das war mal sein bester Freund Hazel Das Hazel Die ist ja auch hier Stimmt Komm wir versuchen Wir müssen reinkommen Wir müssen jetzt versuchen Werden nicht gefangen zu werden Genau Lass dich nicht erwischen Kaspar Ja ok Aber oh mein Gott wir können nur ganz langsam gehen Schön leise Schön leise Hier los geht's los geht's Ich hab mir gut Ich hab mir gut Hier rüber hier rüber Ehrlich? Nicht durch Nicht dadurch Jetzt kurz warten Und dann hier an der Seite lang Jetzt Ja Nein Alles gut Wir schaffen's Wir schaffen's Oh mein Gott Wir sind drin Aber der eine nicht Oh mein Gott Wir sind noch zu zweit Kaspar Nein haben wir das nicht geschafft oder was? Nee der eine ist einfach doof drauf gegangen Och man Jetzt sind wir nur noch zu zweit Aber guck dir mal das Gebäude an ey Nein vorsicht Der Eingang Oh Oh mein Gott Ist es gerade auf die Dinger rauf gefallen? Aua Aua Ja ok Wir müssen Bildermann finden Der ist hier irgendwo Ok dann kommen wir zum Aufzug Ah ja wie der hier ist hin stolziert Exakt Ganz ganz komisch Als hier wird da so ein Hals als Füße benutzen Ja ist so Ok Boah Ganz schön gruselig hier oben Es war aber dunkel ne? Schon irgendwie Ja nicht Guck mal da siehst du die Uhrzeit Es ist gerade 2 Uhr nachts Wo siehst du die Uhrzeit? Ach da Ok Vielleicht an der Seite Ok Hm Sein Büro ist das Es muss hier sein Büro sein angeblich Also er muss hier irgendwo rumlaufen Der Bildermann Ja ok Äh dann Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwo ist hier Mal gucken Äh Da hinten ist so ein Licht siehst du das? Ja was ist so glaube ich Ja Was ist hier sein Office Ich glaube wir müssen höher gehen Ja 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 safe 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 Ich glaube wir Oh mein Gott was ist das denn hier für ein Lagerraum Oh mein Gott ok Lass dich nicht berühren Lass dich auch nicht sehen von anderen oder so ne? Was ist das denn da? Hier lang? Oh mein Gott hier Bilder man Hast du ihn direkt gefunden? Dreh dich um Dreh dich um Hier geht es aufs Dach auch noch ne? Hier Zeig mal Hier ist Bildermann Aber ist er auch hier drin? Ich glaube das ist auf jeden Fall sein Büro Also vielleicht ist er ja hier drin dann auch Ah Aber er ist nicht hier oder? Irgendwie nicht Sein ganzer Raum ist kaputt Nee Der stört hier vorne Also der muss hier irgendwo sein Ich glaube auch Guck mal ich bin der King Guck mal ich glaube wir können hier vorne direkt zum Dach zurück gehen Ja ok dann lass uns mal das Dach überprüfen Warte mal Hier die Grafeln wieder voll vorlaufen hier Dann lauf mal los da Ey guck mal hier Der Scholz ist hier neben mir richtig rum Wir müssen hier rechts lang Wir müssen jetzt hier rechts lang Warte mal hier Oh Dach Oh Dach Oh Gott oh Gott oh Gott Ich bin sehr gespannt ne? Ich bin auch grad sehr gespannt dann Oh ist er so geil Bildermann Bist du hier irgendwo? Hier ist er Ich hab ihn gesehen grad Ehrlich? Da liegt er guck mal Oh Wow Ey aber sieht noch nicht so gut aus gerade muss ich sagen Der sieht gebannt aus Ja irgendwie schon Frisch gebannt Der sieht tot aus Das sieht fast so aus als würde Ah Als würde derjenige der ihn gebannt hat hier noch sein Ah Ey der tritt einfach auf ihn rauf Achso der Assi Ich hab Wow nein Nein Hey die Giraffe Sie wurde gebannt Ey was Wer leitet uns denn jetzt durch die ganze Mission Oh oh What Nein Jena Das glaub ich nicht Dass hier jetzt Jena rumläuft Och nöe Ach wenn wir in sein�데 Wir werden sterben Ihr seid mutig Ja das wissen wir Hast du Robloxia gehackt Jena sag mal Natürlich Kannst Du's nicht sehen oder was sagt sie Meine what Dia einfach alles von Robloxia reagieren nachdem sie Bilder werden da geholt hat Oh mein Gott was Ihr seid mutig du hast herausgefunden wo ich bin ja das wissen wir jetzt auch wir werden dich auch töten du kleines mädchen da vorne ist so du bist ja so blöd bring mich dazu ja das werden wir auch okay die macht irgendwas die hänge hat direkt nicht die hat das ganze welt hat der hammer kaspar nicht drauf gehen nicht drauf gehen nicht drauf gehen was das denn ich hatte halbes leben ich bin schon wieder da ich würde auf sie auf sie drauf ich stehe fest nicht die berechnen ihre wege schon wieder für den hammer gleich ich bin versteckt aua sie trifft trotzdem was ist das krasser hammer alter so pass auf jetzt kommt das heftigste von ihr und zwar diese komischen ja die ben nicht da irgendwas lass dich nicht treffen nicht treffen lassen jetzt besiegen wir sie jetzt besiegen oh ja oh ja haben wir sie kaputt gehauen einfach besiegt in roblox ist so hallo bilder man bist du da ja es sieht so aus als wären alle wieder frei oh mein gott er weiß gar nicht mehr was passiert ist ja sie ist einfach in sein büro gegangen hat ihn geholt wir haben jenna besiegt ist so alter jetzt kann er endlich wieder kontrolle über die stadt nehmen und alles wieder aufbauen groblox gehört uns heute müssen wir von dem verrückt gewordenen bäcker entkommen guckt ihn euch mal an der haut hier mit seinem nudelholz rum bis zum geht nicht mehr und backt ihr einfach so viele donuts und zwiebeln nicht zwiebeln sondern irgendwelche ringe oder so sesam ringe baguette und so toast brust leute das problem ist er jetzt hier schon einen in ein donut verwandelt das soll auf jeden fall sofort hier abhauen leute also hier wie geht es mal schnell aus dieser tür raus so eigentlich nur für mitarbeiter gedacht und so sieht das also hinter einer bäckerei aus freunde kommen wir können jetzt hier springen und über die ganzen baguettes über springen also hier noch ein baguette mitnehmen und hier vom springen die dann wieder zurück ist das nicht der richtige weg warum geht die jetzt zurück okay war ich glaube es ist ich hoffe das ist der richtige weg leute jetzt hier sprung sprung und noch ein sprung und hoch das war ganz knapp und jetzt liegt ja auch noch so so salz verstreut und dahin ist jetzt auf jeden fall erwischt freunde so aber tut mir gefallen haut auf den like button auf den abo button wenn ihr davon mehr sehen wollt dann werden wir noch mehr obis zu spielen ey das wird auf jeden fall richtig verrückt heute erstmals hier durch die tür leute das war auf jeden fall schon mal richtig so das sind hier so ne so ne allgemeinen drehtüren glaube ich so jetzt können wir hier einmal einen checkpoint holen und leute hier sind ganz viele donut verpackungen und so die hier rumliegen ich glaube wir müssen diese donut verpackung die müssen wir benutzen um darüber zu kommen weil liegt überall salz verstreut und dieser salz leute der hier auf dem boden ist oder dieses salz ist absolut ja absolut heiß oder so das ist irgendwie so ganz komisch gekocht deswegen sieht das auch so ganz komisch aus mal gucken ob sie das schafft aber sie haut schon wieder ab leute egal dann retten wir lieber unseren eigenen hintern was ist denn jetzt los was äh ok ein riesen toaster mal gucken wo der uns hinbringen wird ja dass wir jetzt auf jeden fall auch mal sehen wo uns hier so ein riesen toaster hinbringen wird leute erst mal hier auf alle toast drauf springen so ein toast nach dem anderen mitnehmen hua und hua und hua und hua ok so oh mein gott leute da ist er oben schon er sagt hier ein kleines toast ok warte mal so geht es hier rauf und jetzt hua nein wir sind in den toaster reingefallen leute guck mal hier sieht man auch unten die ganzen platten und so ich war noch nie in dem toaster drin also ich weiß nicht wie das in dem toaster hier drin aussieht aber man kann schon sehen er sagt jetzt hier oh nein wir sind in dem großen toaster drin passt auf wenn du da hochkletterst weil diese ganzen teile werden immer aktiviert leute also das heißt wir müssen alter wir müssen beim hochgehen ja richtig glück haben ne pass auf so wenn das jetzt weg ist so schnell hoch und warten ok und direkt vor mir ist das nächste also jetzt schnell wieder gehen so und warten und schnell wieder gehen und warten oh leute das wird auf jeden fall hier mega mega schwer das war ganz schön knapp so jetzt warten wir noch ganz kurz auf den hier kommen und wird jetzt wird es normal und leute ja wieder aus dem toaster raus gekrabbelt und checkpoint sehr gut und müssen wir jetzt lang müssen wir an einem toast vorbei wir sind jetzt direkt neben ihm um gott leute stell dir weg er sagt jetzt hier nein wir sind in irgendeinem verrückten labor und ich weiß nicht was wir hier drin finden werden sagt er ja ich weiß es auf jeden fall auch nicht auf jeden fall weiß ich dass hier die ganzen messer beziehungsweise die messer hier rumliegen und dort auf jeden fall die brote geschmiert werden so und sprung auch ok und sprung ja sehr gut und noch ein sprung ok so was sagt jetzt hier also bei dem rest des platzes hier sagt er dass das brot auf jeden fall sehr giftig ist wir dürfen das nicht berühren ok leute müssen wir ganz vorsichtig hier rum gehen also da ist auf jeden fall schon mr brot also ich weiß nicht ob wir da hinten hingehen soll das sieht aus wie so ein brot monster egal so es war ganz schön viel grün auch wieder unterwegs also unten ist glaube ich auch so säure und so ihr seht das schon das sind so gefährliche zeichen leute und jetzt gibt es hier auf jeden fall so ihr an den ganzen broten vorbei an den toastbroten so vorsichtig vielleicht schaffen wir heute mal eine obby wo wir nicht drauf gehen das wäre halt mega mega cool das habe ich glaube ich noch nie geschafft heute so jetzt haben wir hier alles mitgenommen und dann sagt jetzt hier oh nein ein riesen mutantenbrot monster ich würde auf jeden fall aufpassen nicht diese nicht diese streifen hier zu berühren okay ich werde auf jeden fall aufpassen dass ich hier nicht diese streifen berühre vorsichtiger sprung zack und noch ein vorsichtiger sprung okay ein nach dem anderen leute ein schritt nach dem anderen so okay und jetzt ja wir haben es alle überall geschafft nein wir wurden gästen leute wir sind jetzt in einem monster toastbrot drin man sagt hier los okay wir sollen ps man kann anscheinend darüber also darauf klettern auf diesen dingern oh leute okay dann auch mein gott so sieht das also aus in so einem riesen brot leute was noch nicht aufgeschnitten wurde okay dann nehmen wir jetzt auf jeden fall diese dinge hier mit so leute diese diese weizen teile und zack es war so klar es war so klar dass ich auf jeden fall jetzt in der obi immer einmal drauf gehen muss na egal leute ist zum Glück haben wir hier so ein checkpoint gelegt okay also das heißt der sprung hier der ist auf jeden fall er geradeaus genau so und jetzt ein weiter hier alles klar und hier geradeaus so leute das wird auf jeden fall mega verrückt so okay wir gehen vorsichtig und springen das war schon wieder mega knapp leute das wird hier richtig schwer und jetzt zack und hier mit einem zack was steht hier jetzt man kann anscheinend hier drauf klettern ach so man kann hier hochklettern leute ich dachte wir müssen irgendwie durch springen aber nein es funktioniert so wir können einfach hoch leute sehr gut was ist denn jetzt los nein wir müssen auf jeden fall das richtige nudelholz auswählen und das vier mal ich sag jetzt mitte leute mitte ist es leider nicht mitte ist es leider nicht gewesen na gut das ist kein problem leute kein problem ich sage dafür jetzt ist es nämlich rechts ja ich wusste es leute rechts ist es und jetzt ist es noch mal rechts es ist leider nicht noch mal rechts gewesen das war auf jeden fall zu gut gewesen leute egal da fahren wir jetzt auf jeden fall ich sage jetzt rechts und dann ist es mitte und dann ganz links sage ich okay es war ganz links gewesen leute es war einfach ganz links gewesen ich hätte es wissen müssen also wir uns als nächstes rechts links und jetzt sage ich mitte leute also ich denke ich mal dass jetzt mitte wird wenn es nicht mitte ist dann weiß ich auch nicht leute so jetzt hier rechts links und noch mal die mitte nehmen es ist schon wieder nicht die mitte wollen wir dann zweimal links aneinander nehmen ich glaube wir müssen zweimal links aneinander nehmen ich glaube das würde am meisten sinn ergeben so wir gehen rechts dann links dann noch mal links es wäre schon wieder rechts gewesen heute jetzt haben wir es also rechts dann links dann rechts so hier nochmal links oder sind ja sogar 555 verschiedene sachen so jetzt hier rechts leute und dann wollen wir noch mal links gehen wenn es ist nicht kommt das ist ja sowas schon schwer hier rechts so dann haben wir links auf jeden fall dann noch mal rechts und ich würde sagen diesmal haben wir jetzt die mitte wenn es nicht die mitte ist leute dann dürft ihr jetzt kein leichter lassen okay und es ist die mitte deswegen leute lassen leicht auf jeden fall und es ist jetzt ist es ich sage es ist es ist rechts ja ja leute ich habe richtig geraten oh mein gott und checkpoint oh mein gott und wo sind wir jetzt hier wir sind hier in so einem säurengang oh nein damit habe ich nicht gerechnet leute dass wir jetzt so weiter rutschen also ist dann quasi so das äquivalent von dieser kack wo es in den anderen folgen leute so also jetzt gehen wir auf jeden fall vorsichtig lang und springen ok und springen oh mein gott oh mein gott ok aber wenn wir die ganze zeit springen dann rutschen wir gar nicht auf jeden fall schon mal sehr gut pass auf wir nehmen jetzt die anlauf so und springen ok vorsichtig wieder auf aufstellen und springen ja oh gott springen oh springen oh springen ok vorsichtig hier leute ganz ganz vorsichtig so und jetzt was passiert jetzt da sind wir dann nein das brot leute ist es runter gefallen müssen wir jetzt hier reingehen nein wir müssen jetzt hoch gehen oder müssen wir runter nein da fällt brot runter da fällt von oben einfach brot runter leute von wo das denn ich sehe es gar nicht kommt da jetzt noch mehr wo ihr habt gesehen leute da fällt brot runter ach so hätte haben wir noch mal relativ glück gehabt na egal ab geht's hier zur nächsten sache wo sind wir jetzt hier gelandet oh nein der ganze raum wurde in donuts verwandelt also hier in dem raum wurde er verwandelt leute wir dürfen auf jeden fall nicht diese körperteile berühren also kann man schon sehen wenn man hier durch kommt wird man also zu dem donut verwandelt alles klar so sprung ey das ist voll schwer hier leute ok pass auf ich habe jetzt die beste lösung ich halte springen gedrückt und dann sollte mir glaube ich ok 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 und sprung oh man das kann doch nicht angehen leute so und sprung 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 ja ok und ins nächste durch die donuts durch so rechts links rechts und jetzt nein wir wurden wir sind jetzt hier in dem ofen drin und leute dürfen wir das hier berühren ja wir dürfen das berühren wir können hier einfach ganz normal durchgehen ohne probleme ok wir können ganz normal durchgehen wie cool kein problem jetzt können auch hier hochklettern ok kletter 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 und oben und nein ist hier noch so ein so ein lava parkour ok sprung noch ein sprung hier schnell rüber freunde ganz schnell rüber über diese steine rüber leute oh oh mein gott so und zack ok und jetzt müssen wir noch mal ok ich glaube ja wir sind hier rüber gekommen ok ok und als nächstes haben wir jetzt hier platten ich glaube die dürfen nicht berühren so die dürfen nicht berühren leute ich habe keine ahnung was es ist aber sieht aus nach etwas rostigem so ja ok auch durch geschafft sehr gut haha und wo sind wir jetzt gelandet leute ist der ausgang von der becker sind wir noch nicht ganz genau wir müssen auf jeden fall vorsichtig herum gehen so vorsichtig leute ganz vorsichtig so einmal rechts lang dann links war lang dann noch mal rechts und noch mal rechts und jetzt der letzte links ja und ich glaube es ist hier können wir den knopf drücken nee aber ich glaube sollten hier gleich oh hier sind noch baguettes leute über die wir noch rüber müssen okay die sollten wir auf jeden fall auch ganz leicht kommen so hier baguettes 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 und ich glaube ja das ist glaube ich der notausgang oder ich glaube ja hier ist glaube ich gleich ok sprung und 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 ist das jetzt hier der notfallwagen leute wo wir rauskommen hier sind wir jetzt hier ausgebrochen aus der bösen bäckerei müssen wir über die bälle rüber oder müssen wir unten lang ich glaube wir müssen hier unten lang ja hier unten ja wir haben es geschafft aber bitte wieder normal sein ist die frage leute wir uns auf jeden fall mal hier zum jump hat mit diesem jump hat kann man nicht hier springen bis zum geht nicht mehr und hier haben noch drei andere ob ich will noch spielen können leute also wenn ihr die sehen wollt den bösen doch haben sogar schon gespielt checkt auf jeden fall aus freunde dann haut auf dem like button auf dem abo button wenn es euch gefallen hat und checkt auf jeden fall eins oder den beiden videos hier aus einfach draufklicken und abonniert diesen kanal für mehr roblox freunde